In diesem Video geht es um den Steuerrechner Kapital aus Vorsorge. Wir zeigen Ihnen als Beispiel, wie Sie die einmalige und die gesplittete Auszahlung von Vorsorgekapital vergleichen können. Im Steuerrechner Kapital aus Vorsorge haben wir ein verheiratetes Paar erfasst. Der Mann ist reformiert, die Frau katholisch. Sie wohnen in Zürich und werden beide im Jahr 2019 pensioniert. Bei Kanton und Bund gilt der reduzierte Tarif, also jener für Ehepaare. In den Steuerdaten geben wir an, dass sich der Mann im Jahr der Pensionierung 800'000 Franken Kapital aus der zweiten Säule auszahlen lässt. Die Frau erhält im gleichen Jahr 500'000 Franken. Satzbestimmend ist bei beiden die Summe der Bezüge, also 1,3 Millionen Franken. Die Steuerbelastung beträgt knapp 200'000 Franken. Diese erste Variante mit einmaliger Auszahlung nennen wir einmalig. Gleich daneben drücken wir auf das grüne Pluszeichen und generieren so eine neue Variante. Wir nennen sie gesplittet, weil wir die Auszahlung auf zwei Jahre splitten wollen. In der Ebene Kapital aus Vorsorge drücken wir auf das grüne Pluszeichen und generieren so ein neues Kapital-Auszahlungsset. In diesem wollen wir einen Teil des Kapitals ein Jahr später, also 2020, beziehen, zum Beispiel, indem die Frau ein paar Monate über das Pensionsalter hinaus arbeitet. Wir löschen also in den Steuerdaten die Auszahlung an die Frau im ersten Jahr und beziehen die 500'000 Franken erst im Folgejahr. Unten sehen wir das Resultat dieser Massnahme. Fast 60'000 Franken Steuerdifferenz. Verlegen wir nun in diesem zweiten Jahr auch noch den Wohnsitz von Zürich nach St. Moritz im Kanton Graubünden. Jetzt beträgt die Steuerdifferenz fast 80'000 Franken. Diesen Vergleich können wir ausdrucken, indem wir oben auf das Icon Drucken klicken. Im Druckdialog wählen wir das Protokoll Vorsorgekapital-Variantenvergleich und generieren dann das PDF. Im Querformat sehen wir den Vergleich zwischen den Varianten einmalig und gesplittet mit allen relevanten Steuerdaten.